Los, willkommen zurück, ihr Straßenraudis. Wir sind hier im Helikopter. Wer nicht weiß, wieso, weshalb, warum, guckt sich einfach die letzte Folge an. Und wir haben uns vorgenommen, heute mal unten links zu dem komischen weißen Zeichen zu fliegen. Denn, ja, für dich ist ein Doppel-T, für mich ist es, sieht so aus wie eine Brücke. Ja. Ja, da fliegen wir jetzt einfach mal hin, so auf die Schnelle, Alter. Ja, uah, Seitenwinde. Und die letzte Folge gibt es leider nur bei Servers zu sehen. Die ist in der Playlist, ähm, die könnt ihr in der Playlist finden, weil bei mir ist leider die Aufnahme abgeschmiert. Ja. Und das ganze MTA auch noch hinterher. Oh ja. Alle Folgen. Nein, nur die... Natürlich ist auch Servers wieder in der Infobox. Könnt ihr auf seinem Kanal vorbeischauen, ja. Und andersrum genauso. Also, nein, ich bin nicht in meiner eigenen Infobox. Hat auch As of Space aufgenommen. Hm, hm, und, äh, kurze Zeit. Folgenbox. Alter. Was? Das hab ich sofort wieder aufgegeben. Ja. Okay. Pinke Elefanten war ja noch irgendwie witzig. So, flieg mal los. Alter, das Ding ist so langsam. Ist ein Helikopter. Ja, trotzdem. Und ich hab immer voll links Ausschlag, siehst du das? Wenn ich nur gerade ausfliege. Ich find den voll witzig, voll klein. Einfach. Wie viel hat der gekostet? Oh, ich glaub. So 30... Ne, 30, glaub ich. Voll viel, Alter. Naja, geht. Ja, geht. Also, hier müssen wir mal landen. Das Ding ist wie das so eine Bonusmission. Hihihi. Sagt mal nicht, dass es doch eine Bonusmission ist. Wir Tricks sehen voll aus. Hey, hier kann man sich ja einmieten. Kann man. Alter. Alter, wie sie fliegst du noch? Der Mond ist schon längst aus. Boah, bevor ich das Ding explodiert, Alter. Ne, die Motoren rein. Ich setze mich da jetzt ab, oder was? Nein. Ne, ich will... Wollte eigentlich hier landen. Einfach. Hat sich aber grad noch wegfliegen lassen wollen. Was? Was sag ich denn da? So. Aufquartier der Gang Bastards. Besser als Ghostbusters. Ghostbusters! Ist das hier eine schöne Plantage? Ja. Schöne Hanf-Plantage. Oh, erstmal Zug nehmen. Schöne Hanf-Plantage. Ah, nicht so wichtig, nicht so wichtig. Du brauchst nichts. Oh, aber bei diesem... Bei diesem Van hier... Ja, du musst da rein. Wir müssen machen die Mission alleine. Können die alleine nicht zusammen machen. Also, jetzt erstmal ruhig. Da kommt nämlich was. Lies mich da alleine. Oder warte, ich lese vor. Oder warte, ich lese vor. Bist du der The Truth? Sehe ich aus wie ein verdammter Hippie, aber ich weiß, wo er ist, offenbar. Hat eine Hippie-Fresse zu tief in die Regierungsangelegenheit gesteckt. Hat versucht, in die Area 51 Beweise für irgendeine UFO-Verschwörung zu finden. Ist keine zwei Meter weit gekommen. Ja, hallo, so schnell bin ich nicht. Quelle, zuverlässig irgendein hohes Tier zur Regungaustausch für die Beweise... Und was haben wir... Alter! Ja, das lassen wir mal. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall, man muss anscheinend... Area 51. Ja. Ah, ich kenne die Mission, aber ich spoiler nix. Ja, das ist ja gut. Ich auch nicht. Einzig ist die Mega... Wir gehen das Gebäude ein und Berge die Beweise. Aber pass auf die Wachen auf. Die Wachen werden dich nicht bemerken, wenn du es gleichst. Versuche am besten, in den komplett auszuweichen. Wie schleicht man nochmal? Ich glaube, mit der Säge. C? C? Ist doch Bücken. Ja, eben. Es ist Schleichen. Nein, es gibt auch noch ein anderes Schleichen. Nein. Doch, man kann auch langsam gehen. Alter! Das Wetter ist jetzt gerade toll. Z? Nee. Nein, ich wurde entdeckt. Mist. Ah, du kannst es auch. Waffen haben wir auch. Ich bin tot. Oh mein Gott. Nein! Deine Herren! Mach nochmal. Meine Waffe ist auch weg. Nein! Nein! So, rein. Also man kann langsam gehen, ich weiß nur nicht wie. Oh, warum? Ich wurde von der Wache entdeckt, weil ich ausprobiert habe. Scheiße, ich habe geschossen. Oh, ich auch. Ich habe gerade geschossen. Aber eigentlich kann ich mich hier komplett durchwaschen. So, wir müssen mal kurz nachladen. Und essen. Alter, was soll das? Was soll das? Was soll das? Aber ich werde dann eh nicht mehr hinkommen. Ich meine, ich habe keinen Helikopter. Kannst du auch laufen. Genau. Oh, da scheiße, da ist wer. Also jetzt hör auf zu essen. Okay. Wir gucken hier nochmal so ganz um die Ecke so. Oh, da hat er jetzt ja wieder. So, wir müssen uns hier ganz leise vorbeischleichen. und dann irgendwie die Dokumente holen. Das macht Spaß, oder? Liebe Zuschauer. Mein Kanal ist viel spannend da gerade. Nun erzähle ich... Nein. Doch. Nun erzähle ich euch eine Geschichte über Steine. Steine sind Lebewesen. Oder auch keine. Ist das gerade dein Ernst? Steine sind hart, ja. Alter, jetzt hör auf. Du machst mir Angst. Das könnt ihr testen, indem ihr den Stein nimmt und eure Mutter an den Kopf wirft. Wenn sie blutet und eine Platzwunde hat, dann ist der Hartz. Wenn nicht... War es kein echter Stein. Ja, genau. Dann war es ein Stein aus Plastik oder ihr seid auf Drogen und ihr bemerkt es nicht. Ja, okay. So, Alter. Ist ja einer. Jetzt halt mal ruhig. Ich muss hier aufpassen. Dann komm ich da runter. Geil. Versuch's mal. Ah. Hier war ich ja noch nie. Ich hab die Mission zwar schon mal geschafft. Ich wach da nicht im Krankenhaus auf, oder? Doch. Doch, klar. Mist. Nein. Mein ganzes Geld ist weg. Komm, ich geh da hoch. Also, eigentlich muss man immer weiter nach unten. Sieht man ja auf der Karte. Also, im Momental ist wenigstens noch da, Yibi. Hä? Was ist denn lang? Hä? Bin ich denn von allen gegeistern verlassen? Ah, stimmt. Ich muss erst noch mal hoch, um dann runter zu gehen. Okay. Wow. Wow. Ich bin in Las Vegas. Alter. Das ist aber blöd. Also, ganz oben rechts. Jetzt fahr ich mit dem Fahrer hier rum. Okay, kommt die Wache hier rum. Scheint so. Wow. Sie hat mich gesch... Sie hat geschossen. Ähm, ich bin tot. Yay. Sie hat in die andere Richtung geschossen. Ich hab gedacht, die trifft mich nicht. Ich hab mich trotzdem getroffen. Total unlogisch. Und... Soll ich auf dich warten? Ja. Du hast wahrscheinlich Augen lassen, wie das auf. Okay. Ja, ich hab hier grad einen schönen Behandlungsfortschritt. Und mein Geld liegt hier rum. Ui. Ui. Wie viel hattest du dabei? Nicht. Ich glaube, es sind nur 10, die da rumliegen. Bei mir war es 20. Rechts und links. Kann auch sein. Rechts und links. Rechts und links. Rechts und links. Währenddessen, liebe Zuschauer, sehen wir uns die schönen Fahrzeugpreise in Las Vegas an. Ja, ich hab sogar ein Auto von da. Sehr geil aufgetunt. Ich weiß nur... Doch, das müsste oben am Flughafen stehen. Da können wir ja gleich hin und das nehmen. Oder? Ja. Ja. Ja, das können wir machen. Kaufe Fahrzeuge bis 600.000. Hä? Alter. Guck mal, die Werbung. Kaufe Fahrzeuge bis 600.000. Joa. Joa. Und ich gilt. Alter, der Behandlungsfortschritt dauert im Jahr so lange. Ich glaub, ich hol mir ein Auto für 14.000, die Bravura. Tu, was du nicht lassen kannst. Das Problem ist nur, ich hab erst 15.000. 5.000. Nein. Ich glaub, ich hab grad so 7.000 oder so. Auch voll wenig. So, Alter. Und was gibt's grad bei dir Tolles zu sehen? Wie ich die Autos angucke. Alter. Das ist doch ätzend. Oder ich hole mir den Sunrise, wie letztes Mal, wo ich mir ne Karri geholt hab. Die reicht mir. So, ich bin gleich im Krankenhaus, genau. Hast du für mich dein... Kannst du mir dein Geld leihen? Also überlassen, so damit ich aber... Dann bekomm ich keine Zinsen mehr. Ja, du bist gestorben, du hast doch ein Testament an mich geschrieben. Nein. Ich bekomm aber dann keine Zinsen mehr, ist auch blöd. Dann gehen wir halt wieder jobben, in der nächsten Folge. Ne, ich glaub, das machen wir lieber offscreen. Ja, stimmt, jobben ist... Einmal vielleicht kurz zeigen, aber dann was anderes machen. Ja, weil das ist echt langkrieg. Oh, da bist du ja. Hallo. Kannst du mir das Geld leihen? Oh. Jetzt? Ja. Ah, okay. Dann können wir nach Hause fahren mit einem Auto. Job. So, ich klicke dich mal an. Ach, stimmt, wir können die Online-Banking machen. Anzahl, Preis? Ne. Nur coole Leute machen Online-Banking. Wie geht das denn? Ach so, geht ja. Notebook, ach ja, klar, bin ich blöd. Ja. Ähm, Online-Banking. Betrag. Wie viel habe ich überhaupt noch auf dem Konto? Ich weiß es nicht. Versuche einfach mal... 10 Dollar mehr zahlen, aber egal. Ach so, steht oben drüber, wie viel ich auf dem Konto habe. Ich bin so blöd. Oh, man kann es nur an andere Banken machen. Man kann es nicht abheben. Egal. Wäre auch komisch, dann kommt das Geld aus dem Laptop raus. Aus dem Laufwerk. Ja, ja, jetzt gleich ein Drucker mit dran. Total praktisch, Gelddrucker. Ja. So, überwiesen. Bitte sehr. Erfreuen Sie sich. So, ja, abmelden. Laptop aus. 15.000, danke. Jo. Kommst du da mit deinem neuen Auto? Wir fahren zum Flughafen. Ich muss es erst irgendwo abheben. Ach so, soll ich dich mitnehmen? Oder fährst du? Ah, du fährst alleine. Hier gibt es auch einen kleinen Wack. Soll ich mir? Warte mal. Ja, ich warte. Seit sich hierher kommen. Ja, keine Ahnung. Ich sollte warten. Ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas Weltbewegendes. Ja. Soll ich mir die Karre holen? Hm. Hm. Ja, ist nicht so stylisch. Oder die hier. Das ist ein Viertor. Sieht eigentlich relativ genauso aus. Das ist ein Viertor und von hinten sieht es eigentlich schon geil aus. Ja. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Oder wir sparen einfach noch. Hm. Dann kannst du dir so einkaufen wie ich oder halt... Ich habe einen Bug. Der Roller fährt nicht los. Ach so, das ist der vom Geschäft. Dumm. Hä? Wo ist jetzt meine hin? Da vorne. Ja, geil. Die ganze Rolle. Scheiß da, das fährt nicht. Support anschreiben. Total. Aufs Dach steigen. Ja. Genau. Fahr mich nicht rein. Hier ist eine Tankstelle, glaube ich, oder? Nee. Hier ist ein roter Laden. Also dieses Dollarzeichen. Äh. Oh ja. Da vorne. Ja, ja. Ich muss gerade auf die Karte gucken. Schon wieder. Ich hasse diesen Roller. Hui. Ich hätte es überfahren, oder? Ja, wollte ich gerade. Hat es nicht geschafft. Um ehrlich zu sein. Warte, ich fahre noch kurz im Bürgerschutz. Ich komme dir hinterher. So. So, ich fahre falsch rum rein. Ich achte da nicht so drauf. Ja, ich. Ach so. Nee. Okay, keine. Konnten wir nur einkaufen. So, und weiter geht's. Im Geschäft. So. Also die Missionen. Vielleicht machen wir die später nochmal. Komplett. Oh. Jo. Mhm. Aha. Ja, und ich gehe mich hier amusieren. In einem tollen Laden. Hm. Alter, die Kettel. Du kannst kurz lang elektrisch kaufen. Okay, schön. Ey, guck dir mal die Topseile an. Mit den Hamstern da. ich bin schon wieder draußen egal wo bist du gerade das hotel gehört niemanden preis 9 9 9 9 9 9 9 9 und 50 stunden mindesspielzeit soviel habe ich natürlich kaufen das demnächst ist also viel geld zusammen hat dann hat man seine rente also im richtigen also welchen holst du dir hier von ja das ist richtig hier den hätte ich gedacht dass wir uns den geländewagen holen den hier ist noch hier doch das zum pick up ja aber sie zu pick up mäßig aus wenn ich gut ja passen 202 1 und links solche sachen oder unten rechts ja ich glaube schon kann sein gut gut ja ist mir egal musst du wissen ist dein geld und mein geld auch ja ich war ja erstmal zu meinem auto das habe ich hier so mitten in der wallerei geparkt auf dem flughafen ich weiß ein besseres auto so ganz ehrlich ja geil ich nicht hier steht mein auto es ist geil oder ist das geil weil das auto habe ich jetzt ist schon gekauft weißt du noch und du hast mich sogar mit dem tampo abgezogen von der schnelligkeit ich habe keine ahnung mehr aber ja kann sein und abschließen ja sollte ich abholen irgendwo ich weiß es nicht das fahrzeug hat nicht mehr genug beziehen ich fahre mit meinem auto zurück ich muss eine eurem tankstelle aufsuchen wo bist du nach flughafen ist schon so weit gefahren ist doch nicht weit hier oben ist doch flughafen hier oben nicht unten ja ja ich fahr schon mal raus ich glaube ich muss wieder abschließen kurz oder aufgeschossen abgeschlossen ok ich das noch irgendwer anders hier reinkommt das wollen wir ja nicht wo es kommt her du alte kacktröte ja ja beeil dich so ich zeige euch mal was die 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 ja komm rein ich muss aufschließen ja warte relax ich kann es halt ja los gern wo ist die nächste tankstelle wir sind hier da unten an der straße ist eine ok dann fahren wir mal hin zwar nicht auf der karte angezeigt aber da ich weiß dass da unten ist da bei dem waffen symbol hier ich mache mal licht an zu dunkel ich kann es nicht gerne auf den wagen sparen aber der kostet 37.000 aber der ist geil wie dann brauchen wir da zu zweit und darauf zu sparen stunde ja in einer stunde verdient man circa 10.000 in einer halben stunde oder weiß nicht kann auch sein wohin wollen wir so wir machen auch jetzt gleich mal schnitt folge geht schon wieder das hat niemand gesehen ok ja klar so kurz einsetzen kurz einsetzen um zu beschleunigen alter ich glaube ich schieße jetzt vor über die kurve hinaus oh nein lässt sich voll gut lenken hätte ich nicht gedacht respekt respekt also hier ist hier hinter ist der bauarbeiter job und das ist dann die arbeitsstrecke von der ja halt maultimer ja timer achso gut ich glaube der timer ist auch total falsch angestellt gewesen so ist mein licht noch an ja schönes grünes licht passt zu dem auto ich finde irgendwie rotes besser schwarzes licht wow ja schwarz licht das wäre cool wenn du dann irgendwas anleuchtest was weiß ist dass es dann reflektiert so schön oh ja das wäre irgendwie auch schwarzes licht das ist so hell genau ähm aha genau verstehen wir verkaufe ft savannah und oben links im radio vom reporter nummer 6 gibt es auch glaube ich eine kurze pause und hier geht es gleich weiter mit einer versteigerung schön 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 ähm fahr mal zum unteren ähm fahrzeugshop ist ja gleich nebenan äh so hat es da auch hinten runter ja ich musste gerade auf der karte gucken und bin einfach geradeaus weitergefahren ja ja ich wusste nicht welchen du meinst siehst du die rechte brücke ich finde die viel zu steil ja keine ahnung das ist einfach nur was ich gedacht ja wir haben eine lange weile das server neu gemacht oh was kann man denn hier so machen oh man kann straßen platzieren plupp scheiße wie macht man die wieder weg ich glaube so war das hupser wollte ich nicht sorry tut mir leid meine schuld ja die straßen man nimmt das auto mit wo willst du hin auto kaufen aha danke sehr was ist das für ein auto das kann man auch so mir egal hat mich angefahren das ist so ein mafia-auto also du wolltest alter schau mal weg rotes licht du sitzt drin deswegen geht das nicht ich gehe dabei zum auto suchen viel spaß ich ändere eben rote licht und machen dann schnitt übernehmen so und ich schaue schnell im auto das ist wirklich geil hier kann man schon ein bisschen tunen halt sieht man kleine veränderung kann das nicht drehen während man tut tubs habe ich drin nitro groß hydraulik okay aufrauträder andere räder soll ich mir vielleicht so ein muscle car holen muscle car ein buffer lohnt oh der kostet 43.000 alter so phoenix oder so ein sabri keine ahnung ist auch cool was 34.000 ich nehme ich dollar nee dollar nicht trains die sind geil eigentlich die 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 okay die nehme ich einfach da gibt es den hey komm mal komm mal zum fahrzeugshop hey wie ist das gerade angehört hat hey hey geh mal zum fahrzeugshop und schau dir da den hustler an der kostet 13.450 ja ich komme und dann überfahren bin ich tot ich parken ist verboten aber man darf halten sieht man ja am schild drei minuten ich gucke auf die uhr diesen hastler tampa wer das dritte das dritte auto diesen diesen alten der ist der ist auch nice zwei türe hot rod der hat sich richtig geil an sorry dieses gangsterauto ja ist geil bestimmt kann man sich da auch auf die seite so stellen und dann schießen ja das wäre geil ja hol den der ist cool wieder dann gehe ich dann rüber kauf ihn und dann würde ich sagen war es das mit der folge ja das kannst du auch in der nächsten folge noch kaufen oder stimmt okay Leute dann würde ich sagen Leute ich park noch eben okay wenn es in der zeit schaffst du ein auto ist noch schafft ein auto zu kaufen dann mach ich gebe dir zehn sekunden ich glaube auch nicht parken wir hier ja ich kann echt super ruckers waren ganz vorsichtig eingeparkt ich bin fertig braki braki und braki ich bin fertig ok leute ich würde sagen das war es mit der folge wenn es euch gefallen hat lasst eine bewertung da oder ja das war es oder ja das war es ja richtig professionell guckt doch bei server ist vorbei lohnt sich auf jeden fall ist zwar ein idiot aber egal ja du bist auch ein idiot aber weiß ja keiner alles idioten ok ok bis zum nächsten mal ciao 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 Bis zum nächsten Mal.